Hallo Internet und herzlich willkommen bei BetriebsradTV. Wenn man eine Kündigung unverhofft erhält, dann kann das einen ganz schön lähmen oder bei anderen plötzlich zu Hyperaktivität führen. Ich möchte euch heute einfach mal ein paar Tipps geben, was ihr im Falle einer Kündigung tun solltet. Der allerwichtigste Tipp ist erstmal Ruhe zu bewahren. Es sind nämlich ein paar Dinge zu beachten, wo man nicht den Kopf verlieren sollte. Und das Wichtigste ist zuallererst, dass man sich eine Rechtsberatung holen sollte. Wenn man in der Gewerkschaft ist, dann ruft man einfach mal bei seiner Gewerkschaft an und lässt sich dort einen Termin für eine Rechtsberatung holen. Das gleiche gilt, wenn man rechtsschutzversichert ist und da das Arbeitsrecht mit abgedeckt ist. Dann macht man da mal einen Termin mit dem Anwalt aus. Und selbst wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat und auch nicht in der Gewerkschaft ist, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht doch mal einen Informationstermin mit einem Anwalt ausmacht. Warum ist das der Fall? Wenn ihr eure Kündigung erhaltet, dann habt ihr nur drei Wochen Zeit, drei Wochen Zeit, eine Kündigungsschutzklage zu erheben. Warum eine Kündigungsschutzklage? Um eventuell zu verhindern, dass überhaupt gekündigt werdet. Weil es da immer ein paar Dinge gibt, die man überprüfen kann, ob der Arbeitgeber überhaupt berechtigt war, eine Kündigung auszusprechen. Und das andere ist, um eine Abfindung zu erstreiten. In den meisten Fällen ist es nämlich so, dass der Arbeitgeber gar nicht erst eine Abfindung anbietet. Und wenn man dann das einfach so hinnimmt und sich kündigen lässt, dann bekommt man keine Abfindung. Was bedeutet das denn, wenn ihr innerhalb von drei Wochen keine Kündigungsschutzklage erhebt? Ganz einfach, dann ist die Kündigung durch. Und wenn euch dann nach drei Wochen und einem Tag einfällt, oh nee, eigentlich bin ich damit nicht zufrieden, jetzt erhebe ich mal Klage, dann war's das. Dann geht das nicht mehr, die Kündigung ist durch und nach Ende der Kündigungsfrist seid ihr arbeitslos. Also, das ist erstmal das Allerwichtigste. Holt euch eine Rechtsberatung. Ihr habt nur eine begrenzte Zeit, Zeit, um eventuell eine Kündigungsschutzklage zu erheben. Und das zweite ganz Wichtige. Wenn ihr eure Kündigung bekommen habt, dann müsst ihr, egal ob ihr eine Kündigungsschutzklage erheben wollt oder nicht, müsst ihr euch bei der Arbeitsagentur melden und euch arbeitssuchend melden. Was heißt das? Der Hintergedanke ist, dass ihr in dem Moment, wenn ihr eine Kündigung bekommen habt, von Arbeitslosigkeit bedroht seid und ihr die Arbeitsagentur schon mal darüber in Kenntnis setzen müsst, damit sie sich vorbereiten können, euch bei der Arbeitssuche helfen zu können. Außerdem ist das wichtig, damit ihr eventuell keine Nachteile später bekommt, wie zum Beispiel eine Sperre, wenn ihr Arbeitslosengeld beantragen wollt. Das ist die Frist für eine Arbeitssuchenmeldung. Jetzt hier im Jahr 2015 ist es so, wenn ihr von der Kündigung bedroht seid, dann müsst ihr euch spätestens drei Monate vor Eintritt der Arbeitslosigkeit arbeitssuchend melden. Wenn ihr aber eine kurze Kündigungsfrist habt und ihr könnt diese Frist gar nicht einhalten von mindestens drei Monaten vorher, dann müsst ihr euch, sobald ihr die Kündigung erhalten habt, innerhalb von drei Tagen arbeitssuchend melden. Wenn ihr schon mal die zwei Sachen beachtet, also rechtzeitig Arbeitssuchen melden und sich eine Rechtsberatung holen, damit ihr gegebenenfalls innerhalb von drei Wochen eine Klage erheben könnt für ein Kündigungsschutzverfahren, dann ist schon viel gewonnen. Manchmal läuft das aber bei Arbeitgebern auch ganz anders. Da rufen die euch ins Büro und sagen euch, Herr Meier, wir werden Sie jetzt kündigen. Und zwar nicht aus betrieblichen Gründen, sondern verhaltensbedingt oder personenbedingt. Und das sieht ja bei Ihnen im Lebenslauf dann nicht gut aus. Deshalb bieten wir Ihnen an, jetzt einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Was ist ein Aufhebungsvertrag? Das ist genau das, was der Name sagt. Ihr hebt euren Arbeitsvertrag zu einem bestimmten Termin auf. Das kann bedeuten, wenn ihr das unterschreibt, dass ihr praktisch am nächsten Tag schon arbeitslos seid. Hier würde ich euch immer ganz dringend empfehlen, wenn euch ein Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag über den Tisch rüberschiebt, dann nehmt das Ding mit und sagt dem Arbeitgeber, das muss ich mir jetzt erstmal angucken, das muss ich jetzt erstmal mit meiner Familie besprechen. Und selbst wenn der Arbeitgeber sagt, dieses Angebot gilt nur für jetzt und am Morgen gilt das nicht mehr, dann gibt es die Kündigung. Selbst dann würde ich eher das Risiko eingehen, gekündigt zu werden, als den Aufhebungsvertrag sofort zu unterschreiben. Warum? Ihr könnt in den meisten Fällen gar nicht abschätzen, welche negativen Folgen das für euch hat. Man kann nämlich einen Aufhebungsvertrag so formulieren, dass es nicht zu einer Sperre bei der Arbeitsagentur führt. Man kann ihn aber auch so formulieren, dass er garantiert zu einer Sperre bei der Arbeitsagentur führt und dass ihr dann für eine gewisse Zeit kein Arbeitslosengeld bekommt. Und wenn ihr nicht gerade Rechtsexperten seid, dann würde ich da immer ganz vorsichtig sein und sowas nicht sofort unterschreiben. Selbst wenn in dem Aufhebungsvertrag irgendeine Abfindung drinsteht. Also nochmal, ganz, ganz wichtig, nicht einfach irgendwas sofort unterschreiben. Das geht meistens eher in die Hose. Auch da gilt, bittet den Arbeitgeber um ganz klein bisschen Zeit, sodass ihr Zeit habt, euch mit der Rechtsberatung zu besprechen, mit der Familie oder mit dem Betriebsrat. Insbesondere wenn ihr im Betrieb einen Betriebsrat habt, nehmt auch den in Anspruch. Der darf zwar auch keine Rechtsberatung machen, aber der hat meistens so ein bisschen Grundwissen in dem Bereich, sodass er euch vielleicht schon mal ein paar Tipps geben kann. So, das war es jetzt erstmal für die Notfalltipps im Falle einer Kündigung, was ihr dann als allererstes bedenken und tun solltet. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.